Ein besonderer Tag Tag der Erde Es ist der Tag der Erde. Tim und Lisa gehen in den Park. Sie sehen viele Leute. Alle haben T-Shirts mit Bäumen und Blumen. Tim fragt, was machen die Leute hier? Tim fragt, was machen die Leute hier? Lisa antwortet, heute ist der Tag der Erde. Wir feiern unseren Planeten. Wir feiern unseren Planeten. Tim nickt, er fragt, warum ist der Tag der Erde wichtig? Lisa erklärt, weil wir unseren Planeten schützen müssen. Lisa erklärt, weil wir unseren Planeten schützen müssen. Wir müssen die Bäume pflanzen und den Mühl recyceln. Tim versteht, er sagt, ich will auch helfen. Sie sehen Kinder, die Blumen pflanzen. Tim und Lisa machen mit. Sie pflanzen viele Blumen. Tim sagt, das macht Spaß. Lisa lacht, ja und es hilft der Erde. Am Ende des Tages sind sie stolz. Sie haben der Erde geholfen. Tim sagt, jedes Jahr sollten wir der Erde helfen. Lisa stimmt so. Ja, jeden Tag sollten wir die Erde schützen. Lisa stimmt so. Ja, jeden Tag sollten wir die Erde schützen. Der Tag der Erde ist vorbei. Aber sie werden weiter hin helfen. Der Tag der Erde ist vorbei. Aber sie werden weiter hin helfen. Das ist alles für heute. Like, share, subscribe. Auf Wiedersehen. Un debatten. Das war die Erde. oureinale Seite 3 war, in das erropriate Abwandlung. roaring Green,